Du hast doch gesagt, ich bin verstimmthauert. Okay, tut mir leid. Vielleicht versteht man das ja anders, aber in Indien heißt das, ich bin verstimmthauert. Aber ich sagte doch, dass es mir reinkommt. Das hängt nicht daran, dass ich mit diesem veganen Hühnchen mit Reis kochen sollte. Weißt du, was veganes Hühnchen mit Reis ist? Reis!